Sie hören Pompeji oder die fünf Reden des Jowna von Eugen Ruge, gelesen von Ulrich Nöten. Ein Hörbuch des Argon-Verlags in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk. Als Koch hast du gearbeitet und als Kalkbrenner, Wurstmacher und Bäcker. Du bist Bauer gewesen, hast Bronzen und Kleinkram hergestellt. Du bist Hausierer gewesen und jetzt machst du Krüge. Hast du aber Fotzen geleckt, dann hast du alles gehabt. Graffito in Pompeji, Predia der Julia Felix. Regio 2 in Sula 4, Eingang 10, Hintereingang. Glücklich ist dieser Ort. Graffito in Pompeji aus der Via Stabiana. Ich verabscheue die Armen. Wer auch immer etwas umsonst erbittet, ist ein Holzkopf. Graffito in Pompeji, Fassade einer Bäckerei. Sodom Gomorra. Graffito in Pompeji, Speisezimmer des Hauses 9, 1, 26. Vorrede. Sogar der Kaiser, erzählt man, habe geweint. Der göttliche Titus, Bezwinger Jerusalems. Soll man es glauben? Jedenfalls hat er den Überlebenden Hilfe versprochen. Aufbauhilfen, Entschädigungszahlungen für den verlorenen Besitz. Was natürlich Besitz voraussetzt. Und dass man überlebt hat, klar. Vermutlich hat der göttliche nach den ersten Berichten, die von Misenum nach Rom getrommelt wurden, damit gerechnet, dass es nur noch wenige gäbe, die Entschädigung beanspruchen könnten. Aber da hat er sich geirrt. Abgesehen davon, dass sich die meisten Landhausbesitzer am Tag der Katastrophe auf ihren Landgütern befanden, es war prächtiges Wetter, ein milder, duftender Herbst, hätten die Berater seiner kaiserlichen Majestät selbige darauf aufmerksam machen können, dass es so etwas wie Erben gibt, Ehegatten und Söhne, Enkel und Neffen, oder wenn gar nicht anders die Tochter der Ehefrau, des Onkels, des Enkels, des Verstorbenen und so weiter. Wenn es um Besitz geht, findet sich immer jemand, der Anspruch erhebt. Und es findet sich immer ein Anwalt, der sich erbietet, diesen Anspruch durchzusetzen. Und so sind sie nach Rom gefahren, die Besitzenden oder angeblich Besitzenden, die tatsächlichen und vermeintlichen Anspruchsberechtigten, die Schönen und Reichen ebenso wie die hässlichen und Reichen, ganz gleich ob samnitischer oder latinischer Herkunft, ob popularen oder Optimaten, ob ehemalige Befürworter oder Gegner Josses. Beim Geld hört die Feindschaft auf. Alle sind sie nach Rom gefahren, bereit und willens der Kommission, die der Kaiser aufgrund des Andrangs hat gründen müssen, Rede und Antwort zu stehen. Zeugen werden bemüht, um Grundflächen verschütteter Willen zu bestätigen und nie gesehene Wandgemälde zu taxieren. Gutachten werden erstellt und Listen ominöser Wertgegenstände erarbeitet. Rechnungen werden gefälscht und erstaunliche Geldbeträge erinnert. Es wird gefeilscht und verhandelt, ein langwieriger Prozess, die Kommission ist überfordert, die Wartezeiten sind erheblich und die Anträge stauern sich. Schon wächst das erste Gras auf der Asche. Schon haben die Mauerspechte, wie sie genannt werden, die wenigen Überreste abgetragen, die aus dem Schutt hervorragten. Schon wird der Marmorgebel des Kapitols in Einzelteilen im neapolitanischen Baustoffhandel verkauft. Aber noch immer residieren die Antragsteller wartend in römischen Hotels oder Gästezimmern und verbringen ihre Abende damit, die notorisch gelangweilte Gesellschaft mit Berichten über die Katastrophe zu unterhalten, die sie größtenteils gar nicht miterlebt haben. Gewiss, man muss kein Vogel sein, um den Himmel zu beschreiben, und manches sieht man aus der Entfernung sogar besser. Da, wo für die Dabeigewesenen nur Dunkelheit und Verwirrung gewesen ist, hat der entfernte Betrachter das Schauspiel in voller Ausdehnung bewundern können, jene inzwischen berühmte Wolke, die sich, je nach Berichterstatter, wie eine Pinie oder ein Schirm oder eine Stierleber, wie ein Geschwür oder ein Grünkohl über dem Monte Sommer oder neben dem Monte Sommer über dem kleineren Vesuv erhob und irgendwann nach acht oder zehn oder möglicherweise auch nach zwölf Stunden... Untertitelung des ZDF, 2020 ... Untertitelung des ZDF, 2020